Und damit Leute, herzlich willkommen! Jo, willkommen! Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns PionDragisch. Wenn ich von uns rede, dann meine ich mich, Benjamin und... Und mich, Ritchie. Hallo Leute! Hey und herzlich willkommen! Ja, hey, moin! Und damit herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu... Oh, hey Bruder, ist es dein Feuermelder? Jetzt war das Rotom. Leech Seeds, um Egel sammeln zu legen. Moin, ich wollte gar nicht hier gerade überspielen, dass ich die andere Moderation verkackt habe. Oh, oh, oh! Gehen wir aufs Ganze? Gehen wir aufs Ganze? Natürlich! Dafür haben wir das Ding dabei! Nein! Ja, es hat funktioniert! Rockside gemacht, oder? Rockside, ja. Warum nicht? Rockside, ja. Rockside, ja. Ich denke, sie lieben einen Hit, aber sie wählen keinen Hit. Ja! Oh mein Gott, erster King! Ja, und jetzt kommt der Switch aus dem Hutsasa. Einfach Thorn, Thorn. Das Ding ist Süßes. Das ist nicht Hutsas, das wird Flushbomb. Wir gehen in Kuwak, weil wir sehen die Chancen, uns jetzt hier in eine gute Position zu bringen. Wir kriegen leider die Päusen. Es gehen die Mega, sie bleiben drin. Wir töten Hutsasa, sterben am Gift leider. Aber den Trash geben wir sehr gerne ein. Breeze. Schau. Das war so wichtig, dass wir den Finko rausgebracht haben. Das haben wir wieder Trial Attacken und sind schneller. Dann haben wir gewonnen. Alter, Porygon, du Monster. Porygon hat einen Kill geholt. So, gönnen wir uns den Draco-Biss, oder? Ja, wir müssen erst Draco drücken, oder? Ja, eigentlich schon. Die machen wir 48 bis 57. Ja, aber dann ist er in unserem Fall. Ich fühle mich nervös, man. Boah, okay. Fire Blast kommt, und hier, hier kommt wohl das Schlimmste im ganzen Kampf. Das Fire Blast uns einfach fucking burnt, und deswegen mir in Shao einfach so viel Power verliert, dass wir waren so getriggert, ich kann mich noch dran erinnern. Gigi hat dann im Kampf gesagt, ihr habt so, Ja, GG, wir können FF. Das weiß ich noch nicht, ich hab so gefühlt, ich hätte auch einfach auf das Feld geklickt.